hey wo meine lieben otter ja heute bauen wir das kommt mein deck profil aus drei mal den fraktur dick klingeln das erste duell war ja am freitag ging dreimal alba strike ich hoffe ich habe das duell gefallen und wenn ich am ende des videos findet doch ein link dazu sehen wollt so wir spielen dreimal den guten fokus er will nicht den resonator erst unterwäldler empfänger und falls diese karte als normale spezialbeschwung beschworen wird wir können unsere hand ein unterwäldler monster stufe vier oder niedriger von unserem deck hinzufügen außer ihnen selber zusätzlich kannst du für den rest dieses spiel zu keine monster als spezialbeschwörung beschwören vom extra deck beschwören außer finsternes synchron und zwar auch wie schade mit dem fokus weil ein oder mehr karten die wir kontrollieren durch einen karten effekt zerstört werden solange du rot drachen erz unterwäldler oder ein synchro monster dass ihn erwähnt kontrolliert kannst du stattdessen diese karte von dem friedhof verband und wir können nur jeden effekt einmal pro spiel zu verwenden also wie gesagt den stimme dreimal ich versuche mal das so zu bauen wie bei one piece immer das finde ich immer eigentlich ganz nice da kommt den fokus einmal da ist er oder da war er dann dann spielen wir drei mal den blutroten resonator unterwäldler empfänger wartet mal ich pack mal das weg vielleicht stört es ein bisschen falls du keine monster kontrollierst du kannst diese karte als spezialbeschwung von deiner hand beschwören falls das einzige andere monster was wir kontrollieren genau ein finsternes drachel synchro monster ist du kannst bis zu zwei resonator monster als spezialbeschwörung von deiner hand oder deinem deck beschwören außer ihn selber du kannst den effekt von blutrosa resonator nur einmal pro spielzug verwenden du kannst in den spielzug in den du einen beliebigen effekt dieser karte aktiviert keine monster als spezialbeschwörung beschwören außer synchro finsternes synchro monster so denen dann dreimal gucken ob das alles so halbwegs hinpasst dann spiele ich zweimal visions resonator der fokus ist noch kurz mal da und dann mal wieder nicht auch wieder unterwelt empfänger falls ein 500 monster stufe 5 oder höher auf dem spielfeld liegt kannst du diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand beschwören wir können ihnen nur einmal auf diese art als spezialbeschwörung beschwören falls diese karte auf den friedruck gelegt wird du kannst deine hand einen zauberfalle der oder die rotdachenerz unterwäldler erwähnt von deinem deck hinzufügen du kannst diesen effekt nur einmal pro spielzug verwenden aber erkennt sie ja eigentlich ganz gut hier dann der synchron resonator den spielen wir auch zweimal auch wieder unterwäldler empfänger falls ein synchro monster auf dem spielfeld liegt kannst du diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand beschwören du kannst synchro resonator nur einmal pro spielzug auf diese art als spezialbeschwörung beschwören falls diese karte vom spielfeld auf den friedhof gelegt wird du kannst ein resonator muss in dem friedhof wählen und ist der hand hinzufügen natürlich auch sehr gut den spielen wir zweimal dann haben wir einmal den schöpfungs resonator naja gut der fokus auch wieder spielt nicht mehr so richtig doch da ich verstehe es nicht falls ein synchro monster stufe acht oder höher also falls wir einen synchro monster stufe acht oder höher kontrollieren können wir diese karte von unserer hand spezial beschwören so dann knochen erd unterwäldler den spielen wir dreimal unterwäldler falls sich diese karte in deiner hand oder im friedhof befindet du kannst eine andere karte von deiner hand oder spielfeld auf dem friedhof legen beschwöre diese karte als spezialbeschwörung zusätzlich kannst du für den rest des spielzugs keine monster als spezialbeschwörung vom extra deck beschwören außer finsternes drache synchro monster du kannst ein offenes monster wählen dazu kontrollierst und dass eine stufe hat lege ein unterwäldler empfänger von deiner hand oder deinem deck auf den friedhof und falls du dies tust erhöhe oder verringere die stufe jenes monsters um 1 du kannst den effekt nur einmal pro spielzug verwenden so ganz rot da war es aber falsch und meine schiebe ich mal rüber da habe ich vielleicht sortiert der rote resonator da haben wir doch noch ein resonator drinnen einmal unterwäldler empfänger wenn diese karte als normal beschwörung wenn diese karte als spezialbeschwörung beschwören wird wir können einmal stufe 4 oder niedrig als spezialbeschwörung von der hand beschwören wenn diese karte als spezialbeschwörung beschworen wird wir können ein offenes monster auf dem spielfeld wählen wir erhalten lp in höhe seiner atk und wir können diesen effekt nur einmal pro spielzug verwenden ich noch gerne den fokus da ist er doch ha da so dann haben wir die feuerameise askator auch in sekt empfänger wenn diese karte ich kann zerstört und auf dem friedhof gelegt wird wir können ein monster stufe 5 in unserem friedhof wählen und es als spezialbeschwörung beschwören aber seine effekte werden annulliert zusätzlich lege es während der entfällt die spielzug auf dem friedhof dann haben wir askator morgen dämmerungsläufer hexer wir können eine karte abwerfen und diese karte als spezialbeschwörung von unserer hand in verteidigungsposition beschwören dann können wir ein feuerameiser askator als spezialbeschwörung von unserer hand oder unserem deck beschwören du kannst in dem spielzug in dem dieser effekt aktiviert wird keine monster als spezialbeschwörung von exodec beschwören außer synchro monster und nur einmal pro spielzug können wir diesen effekt aktivieren gegen guten spielen wir dreimal dann haben wir wanderer könig wildwind falls du ein unterweltlau monster mit 1500 oder weniger kontrolliert kannst du diese karte als spezialbeschwörung von deiner hand beschwören falls sie auf diese art beschworen wird kannst du für den rest dieses spielzugs keine monster als spezialbeschwörung vom extra deck beschwören außer synchro monster während deiner main phase außer in dem spielzug in dem diese karte auf den friedhof gelegt wurde wir können diese karte von unserem friedhof verbannen und unserer hand ein unterweltlau monster mit unterweltlau empfänger mit 1500 oder weniger von unserem deck der hand hinzufügen so jetzt habe ich es den spielen wir dreimal also kann man ihn sogar noch als kein surger mit bezeichnen was sehr gut ist die hexe vom schwarzen wind finde ich sehr cool weil die hexe vom schwarzen wald beteiligt eine alte karte hexa falls diese karte vom spielfeld auf dem friedhof gelegt wird füge deiner hand ein monster mit 1500 oder weniger der von deinem deck hinzu du kannst du den rest die spielzugs weder karten noch die effekte von karten mit jenen namen aktivieren du kannst diesen effekt nur einmal pro spielzug verwenden einmal so dann haben wir die monster alle mal gucken dass wir das hier mal ein bisschen hier rumkriegen weil kommen ja noch zauber und fallen karten machen wir den jungen herum mit den guten wandern und könig wildwind und hoffen dafür jetzt was andere noch hinkriegen feuer rote gaia permanente zauber karte während der main fest du kannst deine hand einen roten drachen unter will erzunterwäldler oder eine karte ihn erwähnt von deinem deck oder friedhof hinzufügen außer diese karte wenn die deinen roten drachen erzunterwäldler einen angriff deklariert du kannst alle monster die dein gegner kontrolliert in die verdeckte verteidigungsposition ändern falls ein oder mehr monster auf dem spielfeld durch kampf oder einen karteneffekt zerstört werden du kannst einen roten erzunterwäldler als speziell beschirm von einem friedhof beschirm du kannst den effekt nur einmal pro spielzug verwenden dann dreimal dann dreimal resonator ruft füge deine hand ein resonator monster von deinem deck hinzu also searchkarte für die resonatoren dann dreimal resonator kommando Wirf ein Resonator-Monster ab, füge deine Hand ein Unterwettler, Monster als Stufe 4 oder Niedrier von deinem Deck hinzu. Du kannst nur ein Resonator-Kommando pro Spielzug aktivieren. Schnellzauberkarte. Dann einmal absolute Superkraft, Schnellzauberkarte. Wähle einen Rotdrahen-Erz-Unterwettler, den du kontrollierst, falls jedes Monster, das du kontrollierst, in diesem Spielzug gegen ein Monster deines Gegners kämpft. Wende bis zum Ende des Damage-Steps diese Effekte an. Es erhält 1000 ATK. Dein Gegner kann weder Karten noch Effekte aktivieren. Falls ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durch Schlangenkampfstand zu. Okay, das ist ein bisschen komisch geschrieben. Der Kampfstand, den dein Gegner von den Kämpfen erhält, wird verdoppelt. So, dann kommen wir zu den Einkarten. Ja, wir sind schon ein bisschen eng jetzt hier. Ja, hier sieht man noch ein paar. Rote Herrschaft, dreimal. Falls du ein Synchro-Monsterstufe 8 oder höher kontrollierst, verbanne alle Monster auf dem Spielfeld, außer den Monstern mit der höchsten Stufe. Zusätzlich bleiben die auf dem Spielfeld verbanneen Monster bis zum Ende des Spielzugs von anderen Karteneffekten unberührt, außer ihren eigenen. Falls ein finsternes Drache Synchro-Monster als Synchrobeschwörung auf deiner Spielfeldseite beschworen wird, solange sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst diese Karte deiner Hand hinzufügen. Und du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Natürlich auch sehr gut. Dreimal. Dann haben wir rote Zone, permanente Fallenkarte. Wenn der Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, solange du ein Rot-Drachen-Erz-Unterweltler oder ein Synchro-Monster, das ihn erwähnt, kontrollierst, man, du kannst diese Karte auf dem Spielfeld wählen, zerstöre sie. Du kannst eines deiner verbannten Finsternes Drachen Synchro-Monster wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst jeden Effekt von nur einmal pro Spielzug verwenden. Dann haben wir noch Teuflischer Golem. Wähle ein Monster mit 2000 oder mehr ATK auf dem Spielfeld, verbanne es bis zur Endphase des nächsten Spielzugs. Dann, falls du diese Karte aktiviert hast, solange du Rot-Drachen-Erz-Unterweltler oder ein Synchro-Monster, das ihn erwähnt, kontrolliert hast, kannst du eine teuflische Kette direkt von deinem Deck oder Friedhof setzen. Und da haben wir aber auch die gute teuflische Kette. Aktiviere diese Karte, indem du einen Effekt-Monster auf dem Spielfeld wählst. Annulliere die Effekte, die eines offenen Monsters, solange es auf dem Spielfeld liegt. Zusätzlich kann jenes offenen Monster nicht angreifen. Wenn es zerstört wird, zerstöre diese Karte. So, das war das Main-Deck. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was er davon haltet. Ähm, ja. Da haben wir das denn schon mal. Und jetzt kommen wir gleich noch zum Extra Deck. Nur, das finde ich hier keinen Platz mehr drauf. Deswegen machen wir das Main-Deck jetzt zusammen. Und holen uns das Extra Deck. So. Dort spielen wir dreimal roter Aufsteigender Drache. Komm schon, Fokus. Na komm schon. Ach ey. Wohin, das war halt weg, sie klappt hier mal. Jetzt ist das irgendwie nicht so. Meine Hände sind fokussiert, aber... Aber das nicht so. Naja. Drache Synchro, ein Unterweltler-Empfänger, ein Nicht-Empfänger-Monster. Wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung geschworen wird. Wir können... Äh, du kannst einen Resonator-Monster in deinem Friedhof wählen, beschwörst als Spezialbeschwörung. Du kannst in dem Spielzug, in dem du diesen Effekt aktiviert hast, keine Monster als Spezialbeschwörung vom Extra Deck beschwören, außer für ein Sonnens Drache Synchro-Monster. Während deiner Mainphase, außer in dem Spielzug, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Und dann zwei Resonator-Monster als Stufe 1 in deinem Friedhof wählen, beschwöre beide als Spezialbeschwörung. Aber irgendwie... Will das nicht so. Na gut, die haben wir auf jeden Fall dreimal. Vielleicht klappt es ja bei den Nächsten. Dann haben wir einmal Narblicht, Rot, Drachen, Erbsunterwäldler. Da kommen... Mann ey. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Jetzt wieder nicht. Ich will auch nicht meine Hände haben hier. Jetzt Fokus. Ah, vielleicht komm her. Weil die Kamera ein bisschen versteht. Ne. Ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger-Monster. Der Name dieser Karte wird zu Droh-Drachen, Erbsunterwäldler, solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Einmal pro Spielzug. Du kannst so viele andere Spezialbeschworene Monster... Ach, Mann. Du kannst so viele andere als Spezialbeschwörung beschworene Effekt-Monster auf dem Spielfeld, deren RTK kleiner oder gleich denen dieser Karte sind, zerstören. Wie möglich. Dann füge dein Gegner für jedes zerstörte Monster 500 Schaden zu. So, dann... Ich denke, muss ich einfach mal so... Ne. Rot-Drachen, Erbsunterwäldler. Ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger-Monster. Nach der Schadensberechnung, falls diese Karte ein Monster eines Gegners in Verteidigungsposition angegriffen hat, zerstöre alle Monster in Verteidigungsposition, die dein Gegner kontrolliert. Einmal pro Spielzug während deiner Endphase, zerstöre alle anderen Monster, die du kontrollierst und in diesem Spielzug keinen Angriff deklariert haben. Diese Karte muss offen auf dem Spielfeld liegen, um diesen Effekt aktivieren zu können und aufzulösen. Einmal. Und dann zweimal vernarbter Rot-Drachen-Erbsunterwäldler. Na, so will er nicht. Da, da haben wir. So, ein Empfänger und ein Plus-Fünsternes-Nicht-Empfänger-Monster. Der Name dieser Karte wird zu Rot-Drachen-Erbsunterwäldler, solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Falls diese Karte von der Monsterzone auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Rot-Drachen-Erbsunterwäldler als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck beschwören. Dies wird als Synchro-Beschwörung behandelt. Dann, falls diese Karte als Synchro-Material für ein Finsternis-Drache-Synchro-Monster auf den Friedhof gelegt wurde, kannst du alle Monster in Angriffspositionen zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Du kannst jeden Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Da war der Fokus wieder weg. So, dann haben wir. Geglühender Rot-Drachen-Erbsunterwäldler. Ein Empfänger, ein Empfänger, 1 plus 5 und ist Drache-Nicht-Empfänger-Synchro-Monster. Schnell-Effekt, du kannst eine offene Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, annulliere ihre Effekte bis zum Ende des Spielzugs. Wenn diese Karte dein Gegner Kampfstand zufügt, du kannst einen Empfänger in deinem Friedhof wählen beschwören, als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition. Du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal. Dann zweimal glühender Rot-Drachen-Erbsunterwäldler-Bahn. Ein Empfänger, ein Finsternis-Drache-Nicht-Empfänger-Synchro-Monster. Du kannst ein Monster als Tribut anbieten und dann ein Rot-Drachen-Erbsunterwäldler-Monster in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung. Wenn diese Karte deinen Gegner Kampfstand zufügt, du kannst zwei Empfänger mit derselben Stufe, eins von deinem Deck und eins von deinem Friedhof, als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören. Und wir können wieder jeden Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Dann haben wir einmal glühender Rot-Drachen-Erbsunterwäldler-König-Elend. Jetzt ist der Fokus wieder weg. Den findet ihr eigentlich auch ganz cool vom Artwork her. Aber gut. Zwei Empfänger, ein Finsternis-Drache-Nicht-Empfänger. Synchro-Monster. Wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst diesen Effekt aktivieren. Für den Rest dieses Spielzugs kann dein Gegner weder Karten noch Effekte auf dem Spielfeld aktivieren. Dein Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effekts aktivieren. Falls diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, füge dein Gegner Schaden in Höhe der Grundartikel jenes Monsters zu. So, falls diese Karte, die ihrem Besitzer gehört, durch eine Karte eines Gegners zerstört wird, du kannst ein Finsternis-Drache-Synchro-Monster Stufe 8 oder Nidria-In-Ein-Ein-Friederwehen beschwören. Sei Spezialbeschwörung. So, das sind jetzt die absoluten Boss-Monster, die kommen. Roter Supernova-Drache. Drei Empfänger und Eins-Plus-Nicht-Empfänger-Synchro-Monster. Muss erst als Synchro-Beschwörung beschworen werden. Erhält für jeden Empfänger in deinem Friedhof 500 ATK. Kann nicht durch Karteneffekte deines Gegners zerstört werden. Einmal pro Spielzug, wenn ein... Ach, da mache ich doch gerade. Wenn ein Monster-Effekt deines Gegners aktiviert wird oder wenn ein Monster... äh... wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, Schnell-Effekt, du kannst diesen Effekt aktivieren. Und verbanne diese Karte zusätzlich, verbanne alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Einmal pro Spielzug, während deiner nächsten Endphase, nachdem diese Karte durch ihren eigenen Effekt verbannt wurde, beschwöre diese verbannte Karte als Spezialbeschwörung. Also, sie verbannt diese Karte und verbannt alle anderen Karten, die unser Gegner alles hat. Das ist stark. Und dann haben wir roter Nova-Drache. Ja, komm, nur ein bisschen hier mal Fokus mal heute. Ich weiß auch nicht. Naja, zwei Empfänger und ein Rot-Drachen-Erz-Unterweltler. Erhält für jeden Empfänger in deinem Friedhof 500 ATK. Auch wieder stark. Kann nicht durch Karteneffekte eines Gegners zerstört werden. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, du kannst das angreifende Monster wählen, verbanne diese Karte und falls du dies tust, annulliere jeden Angriff. Einmal pro Spielzug, während der Endphase, falls diese Karte in dem Spielzug durch ihren Effekt verbannt wurde, beschwöre diese verbannte Karte als Spezialbeschwörung. Auch sehr stark. Also, ja, sind schon starke Karten. Und ich hoffe, euch hat das Deck-Profeil gefallen. Wie gesagt, schreibt ihr gerne in die Kommentare, falls ihr Vorschläge habt. Aber wir machen es jetzt erstmal für diesen Deck-Profeil machen wir unsere ganzen Test-Duelle. Und ja, das war's schon. Mit dem Deck-Profeil zu dreimal Rimson-King. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Otto Samurai. Tschü, tschü.